Melonis Bilanzstrafen steigen, Rechte schrumpfen, zwei Jahre Postfaschismus in Italien, seit zwei Jahren ist Georgia Meloni, die Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, an der Macht. In dieser Zeit hat sich die politische Landschaft in Italien verändert, mit mehr Strafen und weniger Rechten für die Bürger. Die Opposition warnt vor einer Orbanisierung des Landes, in Anlehnung an den autoritären Kurs, den der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban verfolgt. Noch ist Italien nicht so weit wie Ungarn, aber es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass die Regierung versucht, die Rechte der Bürger zu beschränken. Durch neue Gesetze und Verordnungen werden immer wieder Maßnahmen ergriffen, die die Freiheiten der Bürger einschränken. Dies betrifft insbesondere die Presse- und Meinungsfreiheit, aber auch die Rechte von Minderheiten und Andersdenkenden. Es ist wichtig, dass die Bürger wachsam bleiben und sich gegen solche Entwicklungen zur Wehr setzen. Die Demokratie und die Rechte der Bürger dürfen nicht auf dem Altar des Populismus geopfert werden. Es liegt an uns allen, für unsere Rechte einzustehen und eine Orbanisierung Italiens zu verhindern.